Hallo, hier ist Astarion. Wir spielen heute Strife, das neue Spiel von S2 Games. Mit dabei ist Hellnis. Und ja, wir steigen gleich direkt ein, machen uns hier ready und sehen, wann ein Spiel... Okay, wir haben sofort ein Spiel gefunden. Ging ja schnell. So, also Strife ist ein MOBA-Game und ist so ähnlich wie League of Legends oder Dota oder Heroes of New Earth zum Beispiel. Und Heroes of New Earth ist eben das andere Game von S2 Games. Und der Unterschied zu ihrem neuen Game soll sein, dass es einsteigerfreundlicher sein soll. Das werden wir hier wohl noch herausfinden. So, ich fange gleich mal mit dem Standard-Item an. Und ich nehme gerne den Slow als erstes. Oder eigentlich eher die erste Ability. Also der Hero, den ich hier habe, heißt Heroar. Was ähnlich, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Und ja, der hat seinen Mix aus... Hm, wie soll ich es mal erklären? Dann Ranged mit durchschnittlichen Schaden. Er hat eine Ability, die lässt ihn springen und gibt einem wenig extra Schaden. Das ist die erste hier. Dann die zweite Ability, die macht auch Schaden und gibt zusätzlich noch eine Slow drauf. Dann die dritte Ability, die gibt Bonus-Damage für jeden, für jeden Damage, den man macht. Und, ähm, den, also für den Damage bekommt man dann Heilung. Und die vierte, ultimative Ability, verwandelt ihn in seine Art, ähm, Wehrwolf so. Und der gibt dann, man bekommt extra Max-Health und Bonus-Damage. Gut, soviel dazu. Dennis, gehen wir unten, oder? Unsere Leute sind hier irgendwie nicht aktiv. Ah, jetzt bewegen sie sich. Also verglichen zu anderen MOBAs, Ähm, es gibt kein Denain von Creeps. Also man kann nicht die feindlichen Creeps töten, bevor, also bevor die Gegner sie töten. Um ihnen so das Geld wegzunehmen, das gibt es hier nicht. Oh, hier haben wir schon einen Gegner. Dann, das Gold wird geteilt, wenn man Creeps tötet. Deswegen ist es teilweise einsteigerfreundlicher und mehr Team-based. Also wie andere MOBAs, so wie Heroes of Nerev, da wo eigentlich meistens nur ein Charakter hochgefedet wird, umso stark gemacht wird. Und... Ah. Hier sind scheinbar schon zwei Gegner. Einmal der Rook hier. Und... Wer ist noch hier? Mir kommt vor, da war noch jemand. Aber ich weiß gar nicht, wie jetzt auswendig welche Abilities der hat. Ich spiele erst der kurzen. Ah, ich glaube Caprice ist auch hier. So, wir werden jetzt gleich mal direkt versuchen, Damage zu machen hier auf den... Okay. War schon mal nicht so schlecht. Müssen wir natürlich schauen, dass wir die Last Hits kriegen hier. Und den Gegnern versuchen, die Last Hits nicht zu verhindern, dass sie Last Hits bekommen. So, jetzt habe ich die zweite Ability, die heißt eben ein Slow. Und wie ihr seht, wenn die Gegner meistens hier so eine Art... Naja, es geht sich nicht mehr aus. ...einen Plus drüber haben, das ist eben die Regeneration über Zeit, wenn man eine Zeit lang nicht im Kampf war. Ziemlich praktisch. So, ich gehe wieder auf Bonus Damage hier. Der ist der Knopf. Wir haben ihn fast gehabt. Und wenn ich jetzt versuche, wie ihr seht, geht dieser Balken hier rauf. Und sobald dieser Balken voll ist, aktiviert sich meine passive Regeneration. Solange ich nicht im Kampf bin, wird diese weiterhin mich regenerieren. Das ist auch noch der Unterschied zu anderen MOBAs. Ihr seht, ist jetzt der Bonus weg. Und jetzt lädt er sich wieder auf. Jetzt lasse ich mal den Hellenis die Last Hits machen. Damit ich mich hier regenerieren kann. Unsere Gegner sind sehr defensiv. Okay, Level Up. Kauf. Wir nehmen hier mal die dritte Ability. Oh, das ist eine coole Ability, die du hast. Ist das Stun, oder? Oder Slow? Slow. Okay. Ja, ich komm. Heilt dir mal zurück, hier wieder, weil Orlando. Rauf gehen, wenn ihr herkommen habt. Ja, passt, ja. Oh, pass auf auf die Krebs, gar. Und Lame ist Lawen. Ja, ich bin ready, wenn du. Wenn jetzt wahrscheinlich jetzt vorkummern. Ich spring rein, gar, wenn du rauf gehst. Jetzt? Ja. Der ist rausgejumpt. Ich komm, spring mal. Ja. Naja. Das ist ein sehr defensiv, unsere Gegner hier. So. Trotzdem kriegen wir momentan den ganzen Farm. Ist natürlich gut. Ich bin wieder zurückgezogen. Ist das schon wieder zurückgezogen, oder? Ah, ich bin schon zu viel Geld. Warum habe ich noch kein Item gekauft? Das ist hier auch noch ein Unterschied. Man hat standardmäßig einen... sein Bett, das eben... Ja, okay. Ja, ja. Böööö. Ja, ich bin wieder zurückgezogen, aber ich bin voll drauf vergessen, dass wir es können. Ich bin ein ziemlicher Creepwave da. Ja, ich bin ein ziemlicher Creepwave da. Das ist zumindest so wie so eine Art... Oder so wie so ein PR. Ja. Und gehst du drauf, oder? Was ist falsch? Wir müssen nicht pushen, oder? Hä? Nicht pushen. Okay. Meine letzte Hits. Ich bin circa vorne da hinten. Ah, okay. ok ja die haben keine Farben oh der hat auch nichts, das will ich nicht leben ja nichts zu riskieren missing top schweb da na so low pushen wir einfach den Tower weiter schweb da 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 Wenn ich die Kills mehr habe, sterben werde ich trotzdem Ich hoffe, ich werde mal von der Seite reinkommen Sind sie auf dir? Bitte Nein, sind sie hier? Nein Ich habe hier eine Landschaft, ich will jetzt keine... ...farm schenken Level 8, nein, sie haben zumindest keinen Level Vorsprung Ich mache mittlerweile noch ein bisschen Damage ... 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 Wo wir tun, du Heid? Na, er verschwindet Gehen wir mit Tauschen? Ich will Mana regen Wo wir tun, du Heid? Wo wir tun, du Heid? Sind zu defensiv Eigentlich schon wieder genug Geld Dennis, sie kommen Na ja Putt gepasst Anna ist down Wir haben sie uns bis jetzt ja relativ gut kontrolliert Kannst du jetzt einkaufen, so Wie? Loll, da geht auf mich Waff Scheiße Achtung, hinter die Weg, weg Alter, komm Ah, die gehen grad ziemlich auf unserer Lähen da rum Nicht gut Auf B, kommst du ein Oh Mann, das Lowschickung von den Clipper Da unten, auf das G Auf das G? Ja Ich weiß nicht ob das... Muss man wahrscheinlich im Shop sein, aber ich weiß es nicht genau Den ist oben sind... Äh, doch nicht F.V. Oh Mann, den Ich bin der Thron Ah, seh Ehm, boah Es ist ein denn es auf den dings den kriege noch nah den kriegen immer ich habe noch nicht an meine boots gekauft, keine Ahnung dass ich so langsam bin ich will nicht wieder dauerdeifen da aufpassen die haben wir nun nichts noch kriegt Jetzt Rocker Er passt Den anderen habe ich noch erwischt Das ist so gut, der Schott ist ihm noch nachgeflogen, obwohl er schon mit seinem Seil weggejumped ist Ah, so viel Schott, ah, ist gekommen Und da kommen sie Und tot bin ich Von der Mitte sind sie runtergekommen Aufpassen auf die Mitte, die kommen noch gerne einmal runter Jetzt fällt mir wahrscheinlich genau das Gold Ah, gut Danke Na, Mitte ist uns wieder, oder? Müssen wir die Arme pauschen? Ja, gehen wir an Mitte Wenn wir gehen können Den Nagelödo Steck mich mal da Ich weiß nicht, ob sie ja kommen Ja, jetzt Druck können sie natürlich wunden Von da oben Puschen wir den Tower da Ah, der andere geht schon runter Puschen wir einfach den Tower Na, der hat sich glaube ich ausgezahlt Puschen wir weiter Oh, der kommt Okay, gehen wir links her Okay, gehen wir links her Doktor Adelfen Vor allem vielleicht von hinten kommen Oh, der kommt Oh, der kommt So So Ich bin ready So Der andere ist irgendwie übergegangen Die Mitte ist nur noch mehr Ja passt Oh, der ist schwach Du komm da runter Hä, ist der nicht gerade angerufen? Ja, komm da mit Okay Wo ist der Roman? Ich weiß nicht, oder wo das... Ah, der Neues an aber... Ich weiß nicht ob das... Ja gut, ich buche meinen Brot im Tower Sind gerade alle da Hier haben wir schon wieder Items Die Mitte Ja Die Mitte Ja Die Mitte Geht dann raus Fuhr uns Ich gehe unten Ja, der kommt oben gar Ja, der kommt oben gar Ja, der ist uns mal Haup Jawohl, Richtung hinter dir, komm links raus Und jetzt haben wir sie aber schön aufgemacht, paar Mal Ja Okay, jetzt haben wir die Slow Weapon Äh, die glaube ich als nächstes wäre ein Defensive Atom kaufen Ah, ich habe gerade meine Boots verschwendet Ah, die haben nur so kurzen cooldown Nichts riskieren Nichts riskieren Du kannst ja nicht rein jumpen, ich bin auch entdeckend warum ist der okay naja ist der listig die gerufen links na doch nicht ziehen sie alle zurück Baaah, wie cool Ich weiß nicht, dass jetzt wer berasst Umhüfte oder nicht? Nein, Schatz, will er da unten Okay, ich weiß auch nicht Das war Gott Überhaupt nicht gut Jetzt kämpfen sie Zu zweit gegen drei Nein, nicht sterben Das turne Hund Ja Ja Seid set auf der Tren Okay Jetzt können wir wieder drauf nochmal Ich weiß nicht, jetzt haben wir jetzt Nein, er ist gerade top Jetzt haben wir Theoretisch nicht in Unterzahl Oh, da hinten ist einer Dennis Oh, ist schon da einer Nein Dann Pushen wir in der Mitte, oder? Da hinten ist auch einer Du blöd Gott Wo soll ich den Dings machen? Machen wir ihn, oder? Was haben wir da? Was haben wir, da hinten ist? Was haben wir, da hinten ist? ah da kann man sich scheiße schnell down machen haben die ihn jetzt gekriegt oder naja wurscht wenn man einen haufen kills kriegt bist du teppert dessen ability macht schaden weiter chasen sie will zu zweit schaffen ist bei uns da da was ein blitzchen von uns kommt aber so pushen wir jetzt mit den dings kurz regen lassen so der office unterwegs naja der typ ist so schlecht so wird er sie einfach hinschießen lassen boah bist du teppert das ist gesegn jawohl sauer sauer jawohl jawohl so generator schoffen wir auch noch da ist ein kotroler gesturben von einer eigentlich könnte man sogar in links pushen hm verteidigen nix ok äh ja damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass wir auf einmal gewinnen ja und das ist drive danke fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat dann liked es und abonniert unseren channel und ja bis zum nächsten mal ciao jo ja glatsch da ja glatsch ja gut 签